Guten Morgen, guten Abend oder Hallöchen, mein Name ist der Frodo und wir sind in Diablo 2 unterwegs. Und mit Diablo 2 meine ich natürlich Diablo 3. Ich fange am besten nochmal von vorne an, damit ihr auch genau wisst, was jetzt eigentlich die Sache ist. Also, guten Morgen, guten Abend oder Hallöchen, mein Name ist der Frodo und ich bin mit euch jetzt in Diablo 3 unterwegs. Wir haben gerade eben den Kopf von dem komischen Herren mitgenommen und zwar von Zoltun Kuhl. Und jetzt ist die große Frage, was macht man mit so einem Kopf? Im Zweifelsfall fragen wir mal Adria. Es ist soweit. Lea, wirke den Zauber, den ich dir beigebracht habe. Ich lebe wieder. Zoltun Kuhl, wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren, damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme, Fremde. Sie hat mich im Tod verfolgt, so wie sie mich zu Lebzeiten befähigt hat. Tja, also haben wir ihn wieder erweckt. Mal schauen, was er uns zu sagen hat. Ich werde euch den schwarzen Seelenstein geben, aber als Gegenleistung muss ich wieder ganz gemacht werden. Das soll man auch hinbekommen. Das soll ich wissen, dass ihr nicht zu einer noch größeren Bedrohung werdet, sobald ihr gänzlich wiederbelebt wurdet. Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen, wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Alles. Ah, so sei es. Um anzufangen, müsst ihr mein Blut in den trostlosen Sanden jenseits der Aquädukte finden. Ich werde mit euch gehen. Wir sollten kurz Kopf mitnehmen. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde ihn in eure Tasche legen. Oh, Dankeschön. Das ist Wahnsinn. Ihr wisst genau, dass er uns verraten wird. Ja. Ja. Ah, ist doch wurscht. Ähm, genau. Wir gehen jetzt erstmal schauen, dass wir unsere beiden Leute hier noch ein bisschen ausrüsten. Wie sieht's denn mit ihr aus? Sie hat eigentlich ein Schwert. Dann packen wir mal einen Dolch in die Hand. Das weiß ich gar nicht. Einer mit einem Zauberer. Nein, das kann sie nicht nehmen. Den kann sie aber nehmen. Nimmst du doch den. Äh, genau. Dann haben wir hier ein Templer-Relikt. Schuft. Templer. Ja, okay. Also erstmal Inventar. Den Schuft. Auch der kriegt ein paar Geschichten hier. Den nämlich... So, damit muss er erstmal klarkommen. Und unser Templer bekommt... Das ist die große Frage. 36 Intelligenz. Getötete. 37 Vitalität. Ah, ist beide schlecht, ne? Äh, der Gürtel, der bringt auch nix. Das bringt auch nix. Das bringt auch nix. Ich glaube übrigens, wir sollten das mal abstoßen und dafür andere Heiltränke... Was ist das hier? Großer Heiltrank nehmen. Das sollte ja auch kein Problem sein. Ja, ihr seht schon, ich bin super vorbereitet. So, Heiltrank. Dann kommt der große da rüber. Ach komm, gönnen wir uns direkt die großen. Und die kommen in die Ecke. Dann haben wir hier 16 Geschicklichkeiten. Okay, den habe ich damals... Ähm, den habe ich letztens gefunden mit Nina und Munchkin zusammen. Und natürlich werden wir ihn dann auch verwenden. Die Steine kommen hier rüber. Wie ihr seht, auch da habe ich weitergearbeitet. Allerdings eben auf dem anderen Account. Daher davon auch keine Videos. Also, anderer Account ist falsch. Auf dem anderen Champion. So. Ähm, gut. Jetzt kurz drüber nachgedacht. Was haben wir hier noch? Ein magisches Schwert. Achso, wir könnten dann eben schauen, Opfer... Das hat der 21,5 Schaden, Giftschaden, Schicklichkeit, ja. Was hat das hier? 18 Intelligenz. 19, ah, okay. Alles. Das entzaubern wir alles. Ihr seht, ich bin gut vorbereitet, wie immer. Dann verkaufen wir den Rest, lassen unsere Sachen auch reparieren. Und dann, aber... Dann geht es... Ja, dann geht es weiter. Mit unserem Zull-Kopf-Typen. So, dann noch fix, so. Welche Fertigkeit soll ich mir aneignen? Ach, du, das ist mir eigentlich sowas von Latte. Was nehmen wir denn? Wenn euer Leben nie hier ist, kommt... Stößt Gegner in eure Nähe zurück und heilt euch. Erhöht eure Ressourcengeneration. Ah, nehmen wir den. Alles klar. Macht wächst. Gut. So. Wir müssen... ...wird wirklich interessant, nicht wahr? Ich frage mich, ob eure Freunde wissen, wer ihr wirklich seid. Was faselt ihr da? Oh, mit der Zeit wird sich alles flären. Mit der Zeit. Okay. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Ist aber auch nicht so weiter wichtig. Wir suchen nämlich erstmal so einen Dude. Wir sehen das ganz gelassen. Hier haben wir ein Andenken. Eine Andenkenschachtel. Oh, ein Liebesbrief. Ich mag Liebesbriefe. Aus den Sammlungen von Solan. Verehrter Poet aus Kedjistan. Meine Geliebte erhebt sich aus der Oase wie eine Weide. Lasst sie mich nähren wie einen See aus kühlem Wasser. Lasst mich ihre Hügel und Täler umranken wie Finger aus Efeu. Und ihre schattigen Zweige erklimmen, um von ihren Früchten zu kosten. Okay. Sehr schön. Hast du toll vorgelesen. Wer werdet ihr Aquadukte nicht beteilten? Mein Meister, weh ihr eiferlangt nach eurem Blut. Ja, kennen wir doch schon. Waren wir doch schon mal. Das war ein würdiger Gegner. Prächtig. Wunderbar. Dies kann noch nicht geöffnet werden. Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Dann tu das. Sehr schön. So. Keine Hakan. Keine Zeit für Nettigkeiten. Ich glaube, ich habe Belial's Identität aufgedeckt. Nicht mehr lange. Sehr gut. Eines müsst ihr jedoch wissen. Um kurz Blut zu finden, müsst ihr durch die Aquadukte gehen. Es gibt zwei Hebel, die den Eingang unter dem Wasserfall kontrollieren. Okay. Habt ihr Belial gefunden? Noch nicht. Aber ich habe einige Hinweise. Es ist schwer. Ich habe viele Berater und andere, die mir Tag und Nacht nahe sind. Ich werde ihn finden. Okay. Ich dachte, er hätte ihn gefunden. Wie könnt ihr vor uns erscheinen? Ich stehe unter strenger Beobachtung. Ich kann den Palast nicht verlassen. Ich habe ein Amulett vom Botschafter der Vistscherei gestohlen. Ich habe beobachtet, wie er es benutzt hat. Aber ich habe nicht viel Zeit. Ihr müsst den Stein finden. Überlasst Belial mir. Alles klar. Kriegen wir hin. Ihr habt doch gesehen, wie viele Wachen er da oben hatte. Wie hat er es nur geschafft, sich wegzuschleichen? Tja, das weiß ich auch nicht. Aber vielleicht kriegen wir das noch raus. Westlicher Kanal. Los geht's. So. Es gefällt mir nicht, wie es hier aussieht. Jemand war vor uns hier. In einer Woche brechen wir zu dem trostlosen Sanden auf, um Kult's versteckte Archive zu finden. Keiner von uns weiß, was auf uns zukommt. Wie weit hat sein Wahn ihn getrieben? Wie viel Macht hat er auf seiner wahnsinnigen Suche angehäuft? Ich kann nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind. Ja. Je mehr ich die Bücher meines Onkels studiere, desto mehr erkenne ich, dass sogar ich seine Weisheit als selbstverständlich betrachtet habe. Er war ein großer Mann. Unbedingt. So. So. Die Aquädukte von Caldeum wurden auf Geheiß des Handelskonsortiums geschaffen, nachdem vor drei Jahrhunderten die Oase von Dalgur entdeckt worden war. Obwohl Caldeum schon viele Jahre lang wohlhabend gewesen war, konnte die Stadt mit einer verlässlichen Wasserquelle noch mehr wachsen. Luxuriöse öffentliche Brunnen wurden errichtet, um allen sauberes Trinkwasser zu bieten. Das war nur ein Vorgeschmack. Yay. Ah, das hat sich doch gelohnt. Das war doch gar nicht mal schlecht. Hui. Ich habe nicht genug Hass. So. Wunderbar. Ja, wir frickeln uns hier durch den westlichen Kanal. Diese Leichen stinken recht übel. Wir dürfen nichts unerforscht lassen, wenn wir diese Aquädukte gründlich läutern wollen. Absolut. Nicht genug Hass. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Ich habe nicht genug Hass. Ich habe nicht genug Hass. Das hätte ich kommen sehen sollen. Wie hättet ihr das ahnen können? Tja. Weil... Ich bin ein Dämonenjäger. Ich bin Imba. Ich brauche mehr Disziplin. Ja, ich bin ganz sicher, dass das die nächste Imba-Klasse werden wird. Also spätestens, wenn das PvP kommt, soweit ich informiert bin, ist das ja geplant, wird das wohl die absolute Imba-Klasse werden. Der Dämonenjäger... Im Optimalfall gibt es ja dann PvP mit so 2R-Teams. Dämonenjäger zusammen mit Baba oder so. Das wird Imba werden. So, was haben wir hier? Jagdsalto-Gefährte. Den fand ich irgendwie nicht so begeisternd. Mehr Verschuss. Eine breitgefächerte Fallsalbe. Ach, nehmen wir den nochmal. Hier. Granaten. Ich fand... Ups, ich fand den eigentlich nicht schlecht. Ja. Gut. Und weiter tasten wir uns durch die dunklen Katakomben des westlichen Kanals. Nicht genug Hass. Die Bibliothek von Chaldeum zu erkunden, wenn das hier vorbei ist. Ihr ähnelt eurem Onkel mehr, als euch bewusst ist. Na, so ein bisschen. Vielleicht. Aber es gibt dort bestimmt Bücher über den schwarzen Seelenstein und Asmodan. Etwas, das mir dabei hilft, die Vermutungen meines Onkels zu verstehen. Okay. Ja. Uns reicht das eigentlich, wenn wir ihn töten können. Aber wenn du der Meinung bist, du möchtest, verstehen was... ...Kane da durch den Kopf gegangen ist, dann... Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Dann ist das ja auch kein Problem. So, Tornister gefunden. In letzter Zeit sind die Aquädukte baufällig und von Ungeziefer befallen worden. Die Kaiserliche Wache hat nichts getan und verkündet, die Aquädukte seien in einem akzeptablen... ...Zustand. Aber ich habe sie mit eigenen Augen gesehen und kenne die Wahrheit. Viele reiche Familien, meine eingeschlossen, ziehen Brunnenwasser für ihre eigenen Behausungen vor. Ja, super. Und die arme Schlucker schlucken wieder... ...den Dreck. Wie immer. Ja, das Leben ist ungerecht. Daran... ...hat sich seit Diablo-Zeiten offensichtlich bis heute nichts mehr getan. Ein Hebel wäre betätigt. Juhu. Gucken wir mal, ob wir den zweiten auch finden. Östliche Kanal. Der Tod kommt schnell hier unten. Wir müssen auf der Hut sein. Aber wenigstens versteckt sich das Böse. Haha. Ui, diese Fliegeviecher mag ich mal so gar nicht. So. Ja, schon wieder Viecher. Ja. Tote Viecher. Nur tote Viecher sind gute Viecher. So. Nicht genug Hass. Serialen müssen sie es wirklich auf euch abgesehen haben. Den Eindruck habe ich auch so langsam. Au. Tatlos. Ja. Gut, dass wir dem Templer gesagt haben, er soll uns hier gerne mal mit Heilung versorgen. Sonst hätte das echt tierisch nach hinten losgehen können. Aber so war das noch in Ordnung. Ja. Guter Templer. Braver Templer. Ich bin froh, dass er dabei ist. Das ist das, was so ein bisschen fehlt, wenn man in der Gruppe zu unterwegs ist. Dann gibt es, glaube ich, auch nicht so die Möglichkeiten, ob irgendeine Charakter... Unsicherer. Super. Ob irgendeine... Äh... Finsternis erwartet. Vermisse es, mit Onkel Deckard nach verloren gegangenen Artefakten zu suchen. Obwohl es nicht immer ungefährlich war. Ich kann gar nicht sehen, wie oft ich ihn vor einer Armee aus Skeletten wegzerren musste, weil er irgendeinen starbigen alten Wandteppich anstarrte. Ja, das ist Deckard. Ähm. Ja, ich weiß gar nicht, darauf wollte ich hinaus, richtig erinnere mich, ähm, ob es eine Klasse gibt, die heilen kann. Also ich weiß gar nicht, ob die Klassen... Also wenn, dann müsste das ja... Hätte ich jetzt instinktiv gesagt der Zauberer sein. Und, äh, ich glaube, der kann nicht heilen. Nicht genug Hass. Mein, das war ein würdiger Gegner. Sehr schön. Ähm. Und da muss ich ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen überrascht. Oder so ein bisschen, ja, das fehlt eigentlich. So eine Heilungsmöglichkeit. Ja, dass man so eine Heilerklasse quasi noch einführt. Aber vielleicht kommt das ja auch mit dem PvP, dass man sich irgendwie dann untereinander heilen kann, weil Heiltränke gut und schön, aber... Ich sag mal... Das würde es für mich noch sehr schön ergänzen. Und durchaus auch WoW etwas näher... Entschuldigung. Etwas näher an WoW respektive die üblichen MMOs bringen, wo man ja durchaus Anleihen von gemacht hat. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Ähm. Oder die sich, äh, bei Diablo, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ähm. Ich fände es halt cool. Ja, so eine Heilerklasse, die würde ich auch sehr gerne spielen. Ja, gerade so für diese ganze Koop-Geschichte. Und davon, ja, ich sag mal, die wird ja durchaus unterstützt von diesem Spiel. Das ist ja nicht so, dass man da nicht sonderlich oder nicht mehr Erfolge bekommen würde oder so. Die kriegt man ja daher. Würde so eine Heilerklasse für mich durchaus ein Stück weit Sinn machen. Aber... Wer bin ich schon, um Blizzard zu sagen, was sie tun sollen und was sie lassen sollen? Die haben sich da definitiv schon was bei gedacht. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und es macht ja auch Spaß. Ja, auch im Singleplayer macht mir das unglaublich viel Spaß. Und ja, der Multiplayer ist halt auch nochmal schön. Hat aber dann für Let's Play... So, hat aber im Let's Play-Bereich immer den Nachteil, dass es immer Experten gibt, die dann mal was wegklicken. Oder auch ich durchaus mal was wegklicke. Das ist immer ein bisschen schwierig. Daher habe ich mich zu einem Singleplayer-Let's Play entschlossen. Was allerdings nicht heißen soll, dass es nicht auch Videos geben wird. Wenn ich einmal zumindest mit der Story durch bin, die dann den Multiplayer behandeln. Also ich werde, so ist der Plan, einmal mit der Story zumindest komplett durchgehen. Dieser Durchgang sollte zu den trostlosen Sanden führen. Cool. Und danach werde ich mir... Eine Geheimtür hinter einem Wasserfall versteckt. Wie fantasievoll. Nicht wahr? Werdet ihr es besser hinbekommen? Das werdet ihr schon sehen, wenn wir meine Archive erreichen. Okay. Nicht zu fassen, dass er mich in ein Fass gesteckt hat. Hier drin ist es wirklich ganz schön unbequem. Oje. Was ist das denn? Blut? Der würde Blut in einem Fass aufbewahren. Oh, das ist fein. Es wäre gar nicht so schlimm, wenn ich mich umdrehen könnte. Ah. Ich kann mich umdrehen. Was ist das denn? Blut? Der würde Blut in einem Fass aufbewahren. Alle da draußen. Seid ihr noch am Leben? Oder sind es die Monster? Sagt ja, wenn ihr es seid. Oder klatscht einfach. Mal gucken, ob er noch was zu sagen hat. Wenn ihr dieses Fass aufbrechen könntet, wäre ich euch sehr zu Dank verpflichtet. Wir könnten, wenn wir wollten. Oh, süß. Mal gucken, ob noch mehr... Ey, du musst noch mehr gucken. Ich meine nämlich, es gäbe einen Erfolg diesbezüglich, dass man ihn einfach austreten lassen soll. Ist da draußen irgendjemand? Außerdem mag ich, wie das Fass sich bewegt. Ein kleiner Klaps sollte reichen. Nicht zu feste. Ja, lass mal nochmal reden. Für mich, ihr hört das auch den Vorteil. Ich kann mir die Zigarette machen. Ein kleiner Klaps sollte reichen. Nicht zu feste. Hm, jetzt wiederholt er sich. Ja, aber. Und kein Erfolg in Sicht. Ärgerlich. Haben wir irgendwas falsch gemacht. Warten wir nochmal. Führe ich selbst Gespräche? Ignoriert die Frage. Okay, es kommt noch mehr. Dann warten wir mal. Wir haben ja Zeit. Ist ja nicht so, dass wir es eilig hätten. Und im Zweifelsfall spult einfach vor. Führe ich selbst Gespräche? Ignoriert die Frage. Na komm. Vielen Dank für die Befreiung. Es wurde langsam ein wenig langweilig da drin. Ich suche einen magischen Schmelztiegel, der einer Legende nach in diesen Aquädukten versteckt wurde. Er wäre eine wertvolle Ergänzung meiner Juwelierswerkzeuge. Helft mir, ihn zu finden. Und ich werde tief in eurer Schuld stehen. Genau. Hier finden wir auch den Juwelier. Wie unhöflich von mir. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin der habgierige Schädel. Habgierig? Ist das wirklich ein Name? Ja, natürlich. Ich kann mir nicht erklären, warum mein junger Partner mir eins über den Schädel gezogen hat. Ich bin kurz davor zu verhungern. Glaubt ihr, wir könnten hier unten etwas Gutes zu essen finden? Hier in den Aquädukten. Ihr beliebt zu scherzen. Macht euch nicht lächeln. Ich verstehe keinen Spaß, wenn es ums Essen geht. Oh je. Was für ein faszinierender Ort. Schaut euch nur all diese wunderbare Architektur an. Man könnte die ganze Welt bereisen und nichts Vergleichbares finden. Bis auf diesen Teil. So etwas habe ich schon einmal woanders gesehen. Oh je. Okay. Ich frage mich, wohin mein junger Reiseführer verschwunden ist. Gavin war sein Name, glaube ich. Ja, das war er. Netter junger Mann. Er muss auch noch irgendwo hier sein. Oder vielleicht hat er sich verlaufen. Vermutlich. Wir haben uns doch nicht verlaufen, oder? Vermutlich wie der Lehrling vom Ähm Vom Schmied. Den hat sie auch erwischt. Mal gucken. Vielleicht hat er ja was cooles für uns. Vielleicht ist er lootbar. So tot und so. Das war mal was Neues. Ich hatte meine Zeit in Ruhe nachzudenken. Aber ein bisschen unbequem war es schon. Okay. Ah, ist der fertig. Ah, finde ich super. Auf sowas muss man erst mal kommen, ne? Also fetten Respekt da am Blizzard. Manche Dialoge sich aus dem Ärmel zu schütteln. Das ist so Abteilung sehr kreativ. Ah, da werden die... Wunderbarer Mensch, der junge Gavin. So bereit will ich einem alten Mann die Wüste zu zeigen. Und seine Gesellschaft hat mich nur einen kleinen Beutel Gold pro Tag gekostet. Er hat sich kaum je beschwert. Immer ein Lächeln auf den Lippen. Okay. Seltsamer Typ. Ähm... Ja. Also da wird Blizzard... Da muss man ja eine eigene Abteilung für haben, um sich so einen Dialog aus dem... So weit wir den Schmelztiegel haben, lade ich euch auf etwas Köstliches ein. Ich kenne einen Ort in Caldeum, wo sie den ganzen Tag Fleisch und Paprika am Spieß rösten. War das gerade euer Magen oder meiner? Oder war das... Der Schmelztiegel! Er gehört mir! Seid vorsichtig, Gavin! Er könnte verflucht sein! Oh je! Ich hatte ihn gewacht. Der Schmelztiegel sollte nun sicher sein. Hebt ihn auf! Mach du doch! Harme junger Mann! Wenn ich gewusst hätte, dass der Schmelztiegel mit einem Fluch versehen war, hätte ich ihn nie mitgenommen! Na klar. Aber wir sollen den Schmelztiegel aufheben, oder was? Wären wir nicht genauso arm dran, wenn wir verflucht worden wären? Geht ihr schon einmal vor? Geht ihr schon einmal vor? Ich werde zurück in die Stadt gehen. Ich muss den Zauber lernen, mit dem wir Kult's Körper wieder zusammenfügen können. Wir treffen uns in den Archiven wieder. Alles klar. Wir gehen derweil weiter und suchen uns dann... Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Aber diese anderen, der gefallene Engel, die Hexer, sie benutzen euch für ihre eigenen Zwecke. Ihr habt euch entschieden, ihre Marionette zu sein, obwohl die Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen könnte. Ich bezweifle, dass das ein gutes Ende nehmen würde. Wer Macht sucht, wird oft davon zerstört. Kein Grund, so abfällig zu werden. In Kürze werde ich diese Welt wieder beschreiten. Dann werdet ihr schon sehen, was ein Nephilim erreichen kann. Sind wir eigentlich jetzt auch Nephilim, weil wir da diesen Tempel bestanden haben? Ich weiß es nicht. Gilt man dann als Nephilim? Wann ist man Nephilim? Ihr werdet es nicht sagen können. Meine Archive liegen unter der Wüste. Möglicherweise genau unter dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Die Horatrim konnten sie nicht zerstören. Sie konnten nur die Tür hinter ihnen verriegeln. Und ich habe noch immer die Schlüssel. Ah, cool. Diese Dinger, die da was werfen, finde ich ja total ek... Ätzend. Oh, abscheuliche Höhlen gefunden. Yay. Tja, die schauen wir uns doch mal an. So, wir sind in einer verscheulichen Höhlen und wir gehen sofort weiter. Allerdings nach einem kurzen Schnitt. Und deswegen sage ich, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen und einen schönen Tag. Und dann bis zum nächsten Video. Euer Frodo.